Musik Ich heiße Andrea Baranek und mache eine Ausbildung bei der MAA GmbH und KUKAG. Ja, ich habe ja hier bei der MAA mit dem Schülerpraktikum angefangen. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich dann beschlossen habe, hier meine Ausbildung zu machen. Und an der Ausbildung gefällt mir, dass ich unterschiedliche Abteilungen durchlaufen kann. Ob ich jetzt in der Buchhaltung, im Einkauf bin oder bei der Kalkulation. Und lerne dadurch unterschiedliche Kollegen kennen. Das macht total viel Spaß. Mit unseren Zulassungen bauen wir Rohrleitungen vom Hausanschluss bis zur großen Pipeline. Dabei decken wir die Medien, Gas, Wasser, Abwasser und die Fernwärme ab. Darüber hinaus sind wir tätig im Anlagenbau und im Kalkarleitungsbau. Musik Für die Ausbildung zur Kauffrau zum Kaufmann für Büromanagement suchen wir zuverlässige, motiviert die jungen Menschen ab 16 Jahre, die gerne im Team arbeiten und die Spaß am Umgang mit Zahlen haben. Unsere Mindestanforderung ist der Realschulabschluss mit der Note gut in Mathematik und Deutsch. Die Ausbildung an sich dauert drei Jahre. Neben dem Schulunterricht durchläuft man alle Abteilungen im Büro. Von der Finanzbuchhaltung bis zum Office-Management lernt man halt alle Bereiche kennen. Und wer nach erfolgreicher Ausbildung gut ins Team passt, dem bieten wir die Möglichkeit, langfristig unser Team zu verstärken. Was mir bei meiner Ausbildung bei der MAA gefällt, ist, dass ich heraus auf die Baustelle kann. Ich kriege dann vor Ort erstmal eine Schutzweste, einen Sicherheitshelm, Arbeitsschutzschuhe und dann kann ich das Projekt begleiten. Ich kann die Baustelle hoch und runter laufen und ich kann meine Fragen stellen und sie werden mir erklärt. Das gefällt mir. Musik Musik